Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute geht es auf meinem Kanal schon wieder weiter mit einem Hegel- und Strick-Podcast. Ich habe ein bisschen was gewirkelt und das schauen wir uns nach dem Intro einmal zusammen an. Ja, die Woche war ein bisschen arbeitsreich, sage ich mal. Ich hatte eine Menge auf Arbeit zu tun. Dementsprechend habe ich nicht ganz so viel Zeit zum Handarbeiten gehabt. Ich wollte jetzt die Folge aber nicht ausfallen lassen. Ich lasse nie eine Folge ausfallen, außer ich bin krank. Was ja meistens auch nicht so vorkommt, keine Ahnung. Ich hoffe, ihr habt euch was zum Trinken gesucht, weil wir erzählen ja doch ein bisschen zusammen und verbringen ein bisschen Zeit. Da kann man auch was Handarbeiten nebenher und ab und zu mal hochgucken, was denn so erzählt wird. Ja, genau. Ach, da war schon das Stichwort. Wenn ich das sage, dann müsst ihr was trinken. Ja, ich versuche mir immer Mühe zu geben, es nicht so ganz so häufig einzubauen, dieses Wort. Aber das ist halt mein Steckenpferd. Ich sage dieses Wort ziemlich häufig. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch da draußen geht es allen gut. Ihr habt fleißig gehandarbeitet, hattet eine angenehme Woche, war ja wettermäßig eigentlich ganz angenehm. Ja, bei uns. Ja, aber es ist angenehm. Ich habe es nicht mitgekriegt. Ich war im Laden. Ja, okay. Also, was ist das heute für ein Anfang? Sehr seltsam. Ich habe ein bisschen was Fertiges euch zu zeigen und ihr seht das schon, Elsa hat es an. Ich werde es auch gleich runternehmen. Ich werde jetzt kurz nur meine kleine Reihe hier zu Ende hegen und dann hole ich Elsa einmal runter und dann schauen wir uns das mal gemeinsam an, was sie anhat. Das ist das fertige Projekt für diese Woche. Yay, ich habe was fertig. Und das ist das fertige Projekt quasi für nächste Woche, was ich zur Jugendweihe von meinem Kind tragen werde. Ja, wir machen ja ein bisschen Kaffee und Kuchen und abends ein bisschen Essen und mehr machen wir ja nicht zur Jugendweihe. Kommen auch bloß eine Handvoll Leute, also wirklich bloß Ausgesuchte, keine große Feier, kein gar nichts. Er durfte sich aussuchen, wen er einlädt und gut ist die Geschichte. Wir sind da nicht so, dass wir da groß was auffahren oder irgendwie. Ist er auch, glaube ich, gar nicht der Typ, mein Sohn. Ja, also nichtsdestotrotz wollen wir uns schick machen und Mami hat sich ein Kleid gehekelt. Das seht ihr hier ansatzweise ein bisschen. Ich würde es gerne mit der Jeansjacke tatsächlich tragen. Ich weiß nicht, wie das Wetter wird. Es soll ziemlich kalt werden. Das heißt, dass das wohl nicht der Fall sein wird, dass ich das so tragen kann. Vielleicht zu den Fotos mal gucken. Mit dem Kimono-Gürtel weiß ich auch noch nicht, ob ich das so machen werde. Ich ziehe sie mal kurz aus. Oder ob ich das ohne den Gürtel trage. Das entscheide ich dann spontan. Ich wollte es jetzt aber mal so haben, damit man das auch so sieht, wie das fertig aussieht. So, also wir haben ja ein Quadrat. Also ein, ja genau. Wir haben ein Granny gehäkelt und haben dieses Granny nochmal gehäkelt. Und haben das hier an den Seiten, sieht man das? Ja. An den Seiten zusammen gehäkelt. Einmal. Und das zweite Mal. Und ja, so hatte ich mein Oberteil schon fertig. Und habe dann in Spiralrunden einen Rock drangehäkelt. Da ist er. Genau. Der Rock hat die Besonderheit, dass er hier an den Seiten ein Muster langlaufen hat. Ja, das läuft da lang auf beiden Seiten. Ja. Nichts Besonderes. Einfach nur so ein kleines Muster, wie auch in dem Granny drin war. So ein kleines Muster entlang lauft. Und irgendwo hatte ich auch den Maschenmarkierer gesehen eben, wo wir das letzte Mal waren. Da ist er. Da hängt er. Da waren wir das letzte Mal. Und das bisschen kam noch dazu. Also sehr viele Stäbchen sind im Rock, weil ich ja einmal fünf Maschen zugenommen habe und dann nochmal die fünf Maschen in der zweiten Reihe verdoppelt habe. Und dadurch hast du hier eine Menge Maschen. Ich habe jetzt für eine Größe 36, also ich trage eine 36, habe ich komplett die 1400 Meter, die ich mir gewickelt habe, habe ich komplett verbraucht. Also dadurch, dass das in Spiralrunden war, habe ich komplett bis auf den letzten Fussel das Garn aufgebraucht. Ja. Ohne, dass irgendwie ein Rest übrig geblieben ist. Ich habe einfach da, wo das Garn zu Ende war, habe ich die Spiralrunden beendet. Und fertig ist. Du hast keinen Rest und es ist komplett verhäkelt. Hier. Genau. Ich hatte ja erst überlegt, ob wir ein Maxi-Kleid machen. Aber da hatte ich euch gefragt, was ihr dazu sagt. Ein Maxi-Kleid oder so lassen. Und ihr habt entschieden, die meisten, dass ich es so lassen soll. Es ist auch relativ lang, sage ich mal. Das werdet ihr ja dann auf den Tragebildern. Und die werde ich euch einblenden, nicht nächsten Samstag, danach. Den Samstag werde ich euch Tragebilder einblenden, denke ich mal. Oder wir machen eine kurze Aufnahme, wie ich das Kleid trage. Mal gucken, wie wir das Handhaben, wie ich auch Zeit dafür habe. Und dann werde ich das einblenden. Genau. Ja, ich finde das ganz cool mit den Kimono-Gürtel eigentlich. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich das so tragen möchte. Das werdet ihr ja sehen. Ja. Genau. Die Träger sind wieder austauschbar. Die kann man jederzeit gegen was anderen ersetzen oder neue Luftmaschen. Ja. Alles komplett gehäkelt mit einer 3 mm Nadel. Das Garn ist vierfältig. Und ihr bekommt das Garn auch in meinem Shop für verschiedene Größen. Nur werde ich den Verlauf, der hört da unten bei dem grünen auf. Also wenn ihr jetzt eine andere Größe kauft, kriegt ihr nur noch ein Knäuel dazu, je nach Größe, die diesen Verlauf hat. Also der wird da beendet. Wenn ihr das jetzt nicht mögt und das nicht schön findet, dann kann ich euch als Tipp geben, dass ihr die Bobbel vielleicht zweimal bestellt oder ihr schreibt mich vorher an. Und wir finden eine Lösung, dass ich den Farbverlauf vielleicht bloß noch bis zu einem gewissen Punkt, hier ist tatsächlich noch kein Faden, ein Faden nicht vernäht. Okay, muss ich noch mal machen. Bis zu einem gewissen Punkt noch mal wickle. Ja. Müssen wir noch mal drüber reden. Also 1400 Meter und es ist relativ lang geworden. Gehen dafür super aus. Ja. Ja, ich freue mich, das am Samstag zu tragen. Das Kind hat auch nichts gesagt. Er fand es jetzt auch okay. Ist nicht so viel grün, also ist nicht so viel bunt. Das geht schon. Ist verkraftbar. Ja. Drüber mal den Maschenmarkierer weg. Das war das Projekt, wo ja der meiste Augenmerk drauf lag. Das wollte ich fertig haben. Und was ich heute trage, ist ja mein Crop-Pulli. Und ich habe heute eine Hose an. Ich trage ja meistens hier eine Hose. Und deswegen ist der... Ja, es guckt mein Oberteil, guckt halt ein bisschen unten raus. Aber ich finde das jetzt nicht schlimm. Ja. Und so sieht er denn aus. Der wird ja in Einzelteilen gehäkelt. Wer meinen Podcast schon länger geschaut hat, der weiß das ja, dass ich den in Einzelteilen gehäkelt habe. Einmal das Vorderteil, einmal das Rückenteil. Und die Arme habe ich dann als Spiralrunden dran gehäkelt, nachdem man das Vorder- und Rückteil zusammen gehäkelt hat. Ja. Komplett gehäkelt, Bündchen gehäkelt. Dazu gibt es auch ein Set in meinem Shop, also aber natürlich nur in dieser Farbgebung. Ja. Aber ihr könnt euch da auch selber was zusammenstellen. Je nachdem, was ich für Farben da habe. Also, ja, schönes Pink. Da habe ich nicht ganz die 1000 Meter für die 36 verbraucht. Ich hätte den Pullover durchaus noch länger machen können. Da war noch ein bisschen was übrig. Aber das ist okay. Vom Bündchen habe ich auch nicht alles verbraucht. Ja, also vielleicht habe ich mit Bündchen komplett 1000 Meter verbraucht. Das kann schon hinkommen. Aber ich habe von den zwei Farben auf jeden Fall noch was übrig. Und ja, daraus wird dann irgendwas anderes. Die wandern wieder in irgendein Resteprojekt. Ihr kennt mich ja. Ich bin da ja nicht so. Ich habe ständig Resteprojekte auf der Hand und damit wirklich. Jetzt sind wir aber durch die fertigen Sachen durchgeflitzt. Was ich noch sagen wollte, zu dem Kleid kommt im Mai die Anleitung online. Es dauert also noch ein bisschen. Ihr könnt euch da noch ein bisschen drauf vorbereiten. Zu dem Pullover, der müsste jetzt anscheinend schon für die Mitglieder online sein. Das heißt, wenn der jetzt für die Mitglieder, dann ist der spätestens in zwei Wochen für alle verpipfbar. Das wollte ich auch noch mal sagen. Mitglieder hier haben eigentlich theoretisch nicht so wirklich viele Vorteile, außer dass ich sie im Video benenne, im Video zum Schluss zeige, wer Mitglied ist. Und dass sie die Anleitung ein bisschen früher genießen. Also die Mitglieder hier sind eigentlich nur da, um mich ein bisschen zu unterstützen, den Kanal zu unterstützen, dass ich weiter Videos produzieren kann, meine Qualität ein bisschen erhöhen kann. Sprich, eine neue Kamera kostet alles Geld. Und mehr ist das mit den Mitgliedern nicht. Die haben keine Vorteile, dass sie jetzt super coole Anleitungen gekauft haben, damit die alle anderen nicht haben. Das ist nicht so. Alle Anleitungen auf meinem Kanal sind für alle verfügbar. Nur kann ich nicht. Ihr wisst, ich häkle sehr, 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 sehr viel. Ich kann nicht in der Woche fünf Anleitungen auf einmal rausballern, weil ich eben so hier gehekelt habe, sondern wir müssen das ja ein bisschen begrenzen. Das heißt, ich bin immer ein bisschen im Vorlauf und habe Anleitungen dementsprechend fertig, die die Mitglieder auch nicht alle sehen können, sondern nur die, die ich dann dafür freigebe, die demnächst auch online für alle anderen kommen. Ja, warum sage ich das jetzt hier? Da gab es so einen kleinen Kommentar, den sehe ich nicht als böse an. Das war halt ein verwirrter Kommentar, aber das war für mich nochmal ein Punkt, dass ich sagen kann, ich spreche das nochmal an mit den Mitgliedern, dass die Leute das auch nochmal verstehen. Also Mitglied hier zu werden, heißt nur, dass ihr mich unterstützen tut. Ihr habt kleine Vorteile, wie zum Beispiel zum Schluss die Namensnennung ist vielleicht auch ganz praktisch, gerade wenn man selber hier einen Podcast hat, dass man hier erwähnt wird und andere dann denken, ah, da muss ich mal gucken oder du hast selber ein Unternehmen. Da sind die Namensnennungen schon ganz cool und das lasse ich mir natürlich auch ein bisschen bezahlen. Ein bisschen. Ja, die Erwähnungen ja hinten, es laufen ja alle Namen durch. Das dürft ihr ja auch nicht vergessen, wenn ihr das Video bis zum Schluss schaut, laufen auch alle Namen da einmal durch, wer Mitglied ist und als Dankeschön natürlich. Und ja, hauptsächlich gehen die Gelder für die Mitglieder. Ihr dürft auch nicht vergessen. Ich bin Unternehmerin, ich bin nicht Kleinunternehmerin, das heißt, ich bin steuerpflichtig. Der Großteil davon wandert erstmal in die Steuer. Ja, und der Rest, der denn übrig bleibt, der ist für Tutorials da. Die Wolle kostet Geld, die Nadeln kostet Geld. Es kostet alles Strom, keine Ahnung, was man alles hat. Also, Wunder, was mein Cutter kein Geld kostet. Das hast du hoffentlich nicht gehört. Ja, also das Bearbeitungsprogramm und keine Ahnung, was man alles braucht. Aber hauptsächlich wandert es halt irgendwie gar nicht. Ich mache Tauschpakete, ich veranstalte Gewinnspiele. Das kostet alles irgendwie Geld. Ich wollte eigentlich gar nicht so da drauf hinaus, aber ich wollte halt mal erzählen, dass da doch einiges hinter gehört. Und viele YouTuber hier sind Kleinunternehmer, wahrscheinlich gehe ich von aus. Bei denen sieht das dann schon wieder ein bisschen anders aus als bei anderen. Was ich damit eigentlich, um auf den Punkt zu kommen, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, ihr könnt immer nicht von andere auf andere schließen. Es gibt bei jedem Unterschiede. Jeder ist anders und jeder hat ein anderes Unternehmen zu laufen. Ja, also darauf würde ich hinaus. Und ich hatte jetzt auch wieder so einen, darüber habe ich mich geärgert, sehr dolle. Hatte ich ein im Kosmetikstudio bei der Fußpflege. Ich nehme ja keine Kunden mehr auf. Ich nehme eigentlich nur noch auf Empfehlung. Ja, also war dieser Kunde auf Empfehlung da. Ich sage euch, der hat mir dann erzählt, dass seine alte Fußpflege 18 Euro kostet. Und ich so, ja, was soll ich jetzt machen? Dann ist deine Fußpflegerin wahrscheinlich kleine Unternehmerin und muss keine Steuern zahlen. Was weiß ich, was ihr Reiz ist. Vielleicht ist sie aber auch nur da eingemietet und braucht bloß Stuhlmiete bezahlen und muss keinen ganzen Salon bezahlen, so wie ich das bezahlen muss. Naja, man versucht ja dann lieb und freundlich zu sein. Und auf jeden Fall beim Rausgehen meinte er so, naja, ich werde mal nachfragen. Ich war ja schon drei Jahre nicht mehr da. Ich dann so, ich muss ja echt tief Luft holen. Ich so, vor drei Jahren hat meine Fußpflege auch noch 18 Euro gekostet. Von Corona hast du gehört, ne? Ja, also, das sind ein paar Nummern. Ich weiß auch nicht. Das war diese Woche, war echt anstrengend, muss ich sagen. Es war echt anstrengend. Davon abgesehen, dass ich von 8 bis 18 Uhr echt fast die ganze Woche im Laden war. Manchmal auch bis 19 Uhr. Und zu gar nichts gekommen bin. Und dann kommt da so eine Backpfeife da noch angelaufen und versucht mir irgendwas von meinem Unternehmen zu erzählen. Manchmal habe ich echt keinen Bock mehr. Es tut mir echt leid, aber manchmal habe ich echt keine Lust mehr. Machen wir lieber mit was Schönem weiter. Erzählen wir lieber über schöne Sachen. Und ja, das Problem ist ja dann auch, dass dann irgendwo anders auch noch welche Angetanzt kommen, wo ich mir denke, was willst du mir jetzt erzählen, ne? Wenn ihr keine Ahnung habt, wie sowas in Deutschland läuft oder warum jetzt der eine Musik abspielen kann bei seinen Videos und der andere kann keine Musik mehr abspielen bei seinen Videos, dann hat das bestimmte Gründe, ne? Die muss nicht jeder verstehen. Die muss man auch nicht immer hinterfragen. Aber es hat halt Gründe, ne? Und hauptsächlich liegt es auch ein bisschen an Deutschland. Es wird allen wirklich sehr viel hier schwer gemacht. Und aus meinem Hobby hier denke ich manchmal auch, ich muss mal ein bisschen ruhiger werden, wieder ein bisschen zurücktreten. Das hier ist mein Hobby. Und ich brauche mich auch von niemanden angreifen zu lassen, nur weil ich damit auch ein paar Cent verdiene. Mehr ist es ja nicht. Ihr braucht ja bloß mal meine Klicks anzuschauen, ne? Also, und da kann man sich zusammenrechnen, was ich habe und was nicht. Man kann das tatsächlich online schauen, ne? Aber, pst. Ja. Und dann kommt immer noch dazu, dass ihr sehen müsst, was ist sie jetzt? Ist sie Unternehmerin? Ist sie steuerpflichtig? Oder ist sie Kleinunternehmerin? Und noch von Steuern befreit? Das ist auch ultra wichtig. Und deswegen macht da bitte keine Vergleiche. Zum Beispiel, wenn ihr zu einer Dienstleisterin geht und da müsst ihr das bezahlen und da müsst ihr das bezahlen, dann dürft ihr da auch keine Unterschiede machen. Dann ist das eben so. Die eine hat Angestellte, die müssen bezahlt werden. Die andere hat vielleicht nur Stuhlmiete und ist Kleinunternehmerin. Dann kann die auch günstigere Preise haben, ne? Also, und so ist das überall in allen Bereichen der Dienstleistung. Jeder kalkuliert. Es gibt natürlich auch schwarze Schafe, die denken, sie sind hier die Promi. Keine Ahnung. Ich behandle nur Promis oder so. Dann kann man auch mal nur teuer sein, aber in der Regel rechnet jeder das so. Und dann kommt es ja noch zum Beispiel bei meinen Dienstleistungen auf die Produkte drauf an. Was hast du für eine Firma drin? Ist die besonders teuer? Ist das jetzt Barbour? Dann musst du auch den Namen bezahlen. Das ist halt so, ne? Oder ist das was Besonderes? Ich bin eigentlich was Besonderes. Ich bin in der Naturkosmetik. Das gibt es in der Regel, gerade hier in dieser Kleinstadt. Ich sage mal Magdeburg jetzt als Kleinstadt. Gibt ja wesentlich größere. Dennoch Randbezirk, wo ich ja bin, da gibt es sowas nicht. Es gibt sowas in der Regel nicht. Das heißt, ich bin eigentlich was Seltenes, was Wertvolles. Und ich könnte eigentlich auch deutlich mehr Preise verlangen. Da bin ich schon richtig günstig. Und dann kommt da so ein Typ um die Ecke. Also ich musste echt, du musst ja freundlich bleiben. Ich musste echt durchatmen. Aber ich weiß ja, von wem das der Kumpel war. Und wir verstehen uns relativ gut. Also da werden wir noch mal drüber diskutieren müssen. So, machen wir weiter mit dem, was ihr eigentlich hier seid. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht abgeschaltet, weil ich wieder dachte, ich muss mal ein bisschen aus dem Nähkistchen plaudern. Wir machen jetzt weiter mit Häkeln. Ja, wir schauen uns an. Ich habe das Kleid Angelique auf den Nadeln. Das sieht jetzt so aus, dass ich mit dem Körper fertig bin. Das ist der komplette Körper. Also sprich, einmal um meine Brust herum geht das Ganze. So. Da kommt ja noch eine Borde ringsherum und alles sowas. Keine Panik kriegen. Alles gut. Und das ist ja ein Bündchen. Das heißt, es zieht sich ja generell selber von alleine zusammen. Ich habe jetzt mit dem Rock angefangen. Der wird hier unten mit Stäbchen wieder gehäkelt. An der langen Seite entlang. Also da unten die lange Seite. Wupp. Da entlang wird der gehäkelt. Mit Stäbchen in einem bestimmten Muster, um jetzt erstmal für den Rock zuzunehmen. Weil der soll ja ein bisschen weiter werden. Genau. Das hier ist jetzt eine Anleitung von mir. Die gibt es hier schon als Video. Schon sehr, sehr lange. Ich glaube, seit zwei Jahren oder so gibt es die Anleitung. Und ich habe sie irgendwann dieses Jahr auch schriftlich verfasst und habe sie hochgeladen bei MyBoschi und bei Etsy. Und MyBoschi hat daraus aus der Angelique ein Set gemacht. Das heißt, ihr könnt euch das komplette Set mit Anleitung schriftlich oder... Ich weiß jetzt gar nicht, ob die generell schriftlich dabei ist. Oder ob man das auswählen konnte. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall konnte man die Garne auswählen. Auch die Farbe der Garne. Das hier ist jetzt mein drittes Knäuel, glaube ich. Wenn ich jetzt nichts Falsches im Gedächtnis habe. Oder ist es mein zweites? Das ist das zweite, oder? Was ich davon nehme. Sie haben mir halt diese Farbe ausgesucht, mit der ich jetzt das Kleid nochmal häkle. Und zwar soll das aber wirklich eine Maxi-Variante werden. Ich gucke mal, wie weit ich komme. Aber vom Garn her, was sie mir mitgegeben haben, müsste ich relativ weit kommen. Dann kommt ja noch dazu, dass ich das Original aus Safran gehäkelt habe. Also Drops Safran. Das ist ein bisschen feiner in der Lauflänge. Und das hier ist ein bisschen grober. Also eigentlich wie Baumwolle so ein bisschen. Ich glaube, wir gucken uns ja gleich die Bandarola an. Es ist eigentlich quasi von der Qualität her wie normale Baumwolle. Und die Safran läuft ein bisschen schmaler. Genau. Also mein Borschi hat für mich zwei Anleitungssets zusammengestellt, die ihr kaufen könnt. Komplett fertig mit der Wolle. Ihr könnt die Farbe natürlich aussuchen. Mit der Nadel, mit der Anleitung und dann kann es losgehen. Und das Ganze sieht erst mal, wir kommen erst mal zur Anleitung, sieht fertig einmal so aus. So kommt die Anleitung bei euch an. In so einer kleinen Mappe. Und da drinne ist die Anleitung. Das ist die Angelique. Da ist sie. Wie gesagt, die gibt es als Videoanleitung und eben als schriftliche Anleitung. schon ziemlich lange. Gibt es als Videoanleitung, meine Angelique. Ich weiß immer nicht, wo die Uhrzeit ist. Ach da. Okay. Das erklärt so einiges. Und wir haben noch mal ein anderes Bild. Ich liebe dieses Bild. Wenn ich mit der Anleitung fertig bin, werde ich mir das wahrscheinlich irgendwo hinhängen. Da steht noch meine schönen Blumen und alles sowas. Und so sah das tatsächlich hier im Hintergrund mal aus vor ein paar Jahren. Und daran seht ihr auch, dass das wirklich ein bisschen älter ist. Ich hatte so eine Blumenbank, die steht jetzt auf dem Balkon. Und da standen meine ganzen Blümchen, die jetzt überall in der Wohnung verteilt rumstehen. Ja, ich besitze ja viele Blümchen, auch wenn ich zwei Katzen besitze. Und ich achte auch nicht immer drauf, dass sie für Katzen konform sind, weil wenn Katzen Katzengras haben, dann fressen die auch deine Blümchen nicht. Und die sterben da auch nicht gleich dran, außer sie fressen die ganze Blume. Bommel war auch schon mal einmal besoffen, aber wie ihr seht, lebt er immer noch, obwohl er sich nicht mehr zeigt. Also der ist gerade froh, das Kind war letzte Woche auf Klassenfahrt und der ist gerade froh, dass das Kind wieder da ist. Und deswegen sieht man diese Katze nirgendswo mehr. So, das Garn zur Anleitung. Wohnt hier in diesem Hobbybeutel. Ja, tatsächlich passt bis jetzt das Kleid da auch noch rein, aber es wird der Zeitpunkt kommen, da muss es umziehen in eine andere Tasche. So, das Wort habe ich jetzt gesucht. Also, ich habe hier zwei Bandarolen, das heißt, die Anleitung, Quatsch, das Hekelprojekt hat die zweite Bandarole, also das zweite Knäuel. So, jetzt können wir uns das Ganze nochmal einmal anschauen. Erstmal die Farbe. Und dann zum Knäuel. Also, das ist My Boshi Nummer zwei in Karamell. Ich lese euch gleich nochmal alles richtig vor. Ich zeige euch das jetzt erstmal. Jawohl. So, also Mein Boshi Nummer zwei Natur pur mit 85% Baumwolle und 15% Karabook. Ich habe schon wieder nicht geguckt, aber es ist eine rein vegane Wolle, eine Sommerwolle, perfekt für ein Kleid. Was haben wir hier stehen? Ach, hier haben wir das stehen. Also, Karamell mit der Farbnummer zwei sieben drei null und die Partie ist die eins neun acht null Punkt eins eins einfach 1980, das ist mein Bruder geboren. Also, die Farbe haben wir. Ist das nicht cool? Ich finde das so cool, dass ich das jetzt so zeigen kann und ich sehe das auch so cool. Sehr schön. Also, davon habe ich ultra viele Knäule gekriegt. Sie haben es mir ja für ein Video zur Verfügung gestellt. Wenn ich mal dran denke, ich hoffe, ich denke mal dran, versuche ich euch, das Video nochmal unten in die Kommentare zu verlinken von Mein Boshi, wo ich das ausgepackt habe. Ansonsten könnt ihr gerne mal auf meinem Kanal klicken, wenn ihr auf meinen Namen klickt, der da unten irgendwo steht. Dann kommt ihr dann auf meinen Kanal und da könnt ihr dann alle Sachen nochmal angucken, alle Videos. Es ist alles online. Ich lösche auch nichts, da sind wir schon beim nächsten Thema. Irgendwie kommen immer alle auf die Idee, obwohl ich es schon 20 Mal gesagt habe, in jedem Infovideo, in jedem Tutorial, es werden keine Videos gelöscht. Also ich mache mir hier nicht die Arbeit und nehme Videos auf, das kostet ja schon Arbeit und vom Tutorial abgesehen, ist das noch mehr Arbeit. Wir schneiden die, fügen die zusammen und machen und tun, gucken, ob der Ton passt und bla 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 bla, um die dann nach zwei Wochen zu löschen. Ne, das sehe ich nicht ein. Also ihr könnt euch sicher sein, Videos, die hier online kommen, die bleiben auch online. Sprich, gerade die Crochet-Alongs betrifft das ja, das gemeinsame Häkeln. Jeden Dienstag machen wir ja ein Mystery-Crochet-Along, da häkeln wir zusammen eine Decke und das haben wir letztes Jahr schon gemacht, immer auf den Dienstag und auch diese Decke bleibt online von der Decke 2022. Also letztes Jahr gibt es aber auch eine schriftliche Version, aber ich verweise immer darauf, guckt euch die Videos an dazu. Es ist schön, dass man die schriftliche Variante hat, aber diese Tutorial, dieses Mystery-Crochet-Along ist eigentlich für Videos aufgebaut und nicht für die schriftlichen Anleitungen. Genau. Also, sie bleiben immer online. Das ist jetzt tatsächlich auf Facebook mal wieder aufgetreten. Ihr müsst da keine Sorge machen, wenn ihr jetzt anfangt, die Decke zu häkeln, ihr habt alle Zeit der Welt, ihr müsst euch da nicht stressen oder sowas oder ihr wartet, bis die Decke fertig ist und fangt dann an und dann wisst ihr ja, wie sie aussieht und dann ist das ja auch kein Mystery-Crochet-Along mehr und was auch der Vorteil ist, in der Gruppe gibt es dann schon einen Haufen Sachen, die beantwortet sind beziehungsweise gab es eigentlich so in dem Sinne noch keine Fragen, dass irgendwas nicht verstanden wurde oder irgendwie irgendwas los ist. Wenn ihr da natürlich Fragen habt und was nicht verstanden habt, dann könnt ihr da auch jede Zeit in der Gruppe nachhaken. Ich glaube, da sind ganz viele ultra liebe Leute, die helfen euch auch, wenn ich es nicht immer schaffe zu antworten, aber da in der Gruppe, ich sehe das schon, da helfen sich alle und wir sind alle ultra lieb und ihr könnt auch Bilder posten. Ja, also wenn ihr wirklich mal Fragen habt, dann stellt die da, weil zur Not kriege ich das nicht mit oder ich weiß nicht, um was es geht oder ich kann erst in drei Tagen antworten. Wie das mit den Kommentaren ist, manchmal antworte ich auf die Kommentare erst nach drei oder einer Woche. Ja, also es kriegt ja jeder eine Antwort. Geht da ruhig mal gucken, wenn ihr Probleme, Fragen, Anregungen habt und da kann euch bestimmt jemand helfen. Genau. Boah, ist das heute ein Labervideo, ne? Ich habe heute mein Laber. Laberrababer. Nächstes Projekt, woran ich sitze und was auch so ein Ding wieder ist. Ich bin jetzt wieder an dem Punkt, das sieht jetzt aber nicht so aus, ich bin an dem Punkt, wo ich jetzt die Beine abteilen müsste. Also, wenn ich Beine abteilen muss, was ist das? Es wird eine Hose. Ja, und ja, ich kann noch mal bis zu einem gewissen Punkt häkeln und dann muss ich warten, bis ich wieder aufnehmen kann, irgendwie, dass ich wieder Zeit habe, ein Video zu starten und das hatte ich diese Woche auch nicht. Ich hatte keine Aufnehmenzeit, ne? So wirklich. Das war echt eine anstrengende Woche und wisst ihr, genau bei Sonnenwochen, wenn ich mich nicht retten kann, ist der Lehrling krank. Ich habe nicht mehr geschafft, Handtyshot zusammenzulegen. Okay, also ich bin jetzt an dem Punkt, ich könnte schon weiter sein, aber ich hatte keine Zeit aufzunehmen und ich müsste jetzt die Beine abteilen von meiner Hose. das sieht jetzt so aus. Das könnte man auch als Rock benutzen, einfach noch ein bisschen länger machen, definitiv länger machen, weil das hier ist ja jetzt wohl ein bisschen zu kurz, wobei man nicht vergessen darf, gerade bei der Hose zieht sich das ja doch, weil da kommen noch Beine dran und da kommt noch richtig Gewicht. Das heißt, das muss man mit reinrechnen, dass sich das noch zieht. Das zieht sich jetzt wieder hoch, wartet, jetzt habe ich das ausgelayert, aber das zieht sich ja wieder hoch und dann sieht das wieder aus wie hier und dann könnte man denken, das ist zu kurz, aber ihr dürft das Gewicht nicht vergessen, das ist Baumwolle, also Baumwoll-Pulli-Gemisch und das bringt auch noch Gewicht mit und wenn man denn so lange Beine hat, ich bin 1,70 groß, dann gehört da auch noch ein bisschen Stoff dran, bis zum Bein bis nach unten geht und deswegen habe ich für mich gesagt, das ist okay, das reicht mir und ja, das kann jetzt wachsen, also hat ein schönes Muster, wie ich finde, wird in Spiralrunden gehäkelt, die ganze Zeit, also von hier oben an, hier seht ihr das, das muss ich dann mit dem Faden zusammennähen und also wird es von hier oben wird es in Spiralrunden gehäkelt, hier oben kommt dann noch ein Bändchen mit dran, also so ein Bändchen, dass man sich die Hose über die Hüfte zusammenschnüren kann, ohne dass es ständig runterrutscht, weil es ist halt gehäkelt, ne, und man hätte jetzt ein Gummi mit reinarbeiten können, das habe ich nicht gemacht, aber muss man ja auch nicht, ich habe es aber erklärt, dass man das machen kann, so, also Beine abgeteilt, da fehlt ja hier der Schritt, der muss noch gezogen werden, der Schritt also quasi gezogen und dann kannst du an den einen Bein in Spiralrunden weitergehäkelt und wenn das fertig ist, machst du das andere Bein in Spiralrunden weiter. So, ich habe mir jetzt für eine Größe 36 wieder einen Riesenknäuel gewickelt, oh, ja, stimmt, die Bandarole war da drin, das sieht erstmal so hier aus, das ist jetzt ein Violettton mit einem ja, Türk, Turquise, blauen Garn, sie sind vierfädig, wir haben zwei Farben von der, also zwei Fäden von der Farbe und zwei Fäden von der Farbe, also vierfädig, so, kommt man mal zum Punkt, so sieht das Ganze aus, ich nehme das von hinten, also, Quatsch, ich nehme das von der Mitte raus, das Garn und deswegen sieht das Knall ja auch so richtig doof schon aus. Ich weiß nicht, ob das ausreichend ist, das Garn, was ich mir da jetzt zusammengewickelt habe erstmal, weil es zwei ja eine lange Hose werden, aber wir gucken erstmal, also ich habe hier 1120 Meter erstmal gewickelt, vierfädig mit den zwei Farben, das ist die Nummer 011 bei mir im Shop, ja, und die habe ich mir erstmal gewickelt, die könnt ihr in verschiedenen Lauflängen euch wickeln lassen, ich habe auch schon Beispiele für Größen gemacht, aber da würde ich persönlich erstmal warten, bis meine Hose fertig ist, bis die Anleitung fertig ist und ich wirklich zu 100% sagen kann, jawohl, das brauchen wir für diese Hose, ja, genau, super, sehr schön, ein wirklicher Labarababa, ein bisschen gestrickt habe ich auch, aber nur wirklich ganz, ganz bisschen, wie gesagt, ich hatte nicht so Zeit und wenn ich Zeit hatte, habe ich eher den Augenmerk auf die Projekte gelegt, für die ich auch die Videos brauche und sowas alles und die waren halt jetzt wichtiger, darum habe ich meine Lovely Luna, aber ich habe ja schon mal gesagt, die soll halt auch ganz langsam wachsen, nur ein bisschen dran gestrickt und zwar das ist der Maschenmarkierer und da sind die bisschen Runden, die ich gehekelt habe, ja, ein paar Fäden und so sieht das jetzt aus, also jedes Mal, wenn ich an den Teil hier stricke, fange ich mit einer Linksreihe an, genau, die ja jetzt so kraus rechts denn erscheint, ihr seht das bestimmt irgendwo, genau, und so hat man aber auch gleichzeitig ein Muster mit drin, irgendwie und man hat Abschnitte, man weiß, wann man dran gestrickt hat und wie oft man dran gestrickt hat, also immer, wenn ein Tag neu begonnen hat und ich nehme das in der Hand, gibt es erstmal eine linke Reihe, genau, und wenn der, wenn ich mehrmals am Tag daran stricke, dann mache ich das natürlich nicht, da wird der normal, das ist nur ein Tagesabschnitt, genau, wenn ich am Tag öfters dran gestrickt habe, dann natürlich nicht, stricken tue ich das, oh mein Gott, wo steht es denn, ach da, mit 6 Millimeter Lückenadeln, da sind sie auf, einen Knit pro Seil habe ich das jetzt gezogen, genau, jo und da wächst das jetzt, dann habe ich hier, wo ich zunehmen muss, einen Markierer drinne und bei der anderen Hälfte ist auch ein Markierer drinne, weil man ja eigentlich das Magic Loop gestrickt hat und ab einem gewissen Punkt habe ich zur Runde geschlossen, weil ich weil die Wolle relativ dick ist, denke ich mal, dass ich damit gut auskommen werde, nehme ich meine Häkel Racklan Luftmaschen Anzahl, ne, das heißt, man strickt ja, bis man zweimal seinen Racklan Maschen hat, so circa, genau, ihr müsst natürlich herausfinden, was eure Maschen Anzahl ist, ja, dafür würde ich sagen, ist die Anleitung wirklich ein bisschen schwierig, wenn ihr der Anfänger seid, ist das schwer herauszufinden, ich mache das immer so, dass ich gucke, was für einen Garn möchte ich nehmen und suche mir die Nadelstärke dazu raus und gucke dann mal Drops tatsächlich, da kann man nämlich eingeben, ob man mit welcher Nadelstärke man stricken möchte und dann suche ich mir da was raus und gucke was für Angaben dastehen und daraus bastle ich mir was ich bastle ja sowieso eher dran rum also es ist wirklich die Love Liluna ist eine Kaufanleitung von Astrid Müller und ihr ich muss mal was trinken tut mir leid noch mal Nase putzen und trinken kurz Gucken wir mal ob es jetzt besser geht mal gucken auf jeden fall wenn ihr die Anleitung von Astrid Müller die ist gut die ist super verständlich sie ist auf deutsch es ist alles dabei was dabei sein muss man muss aber trotzdem ein bisschen Rechenerfahrung mitbringen und man muss auch ein bisschen Strickerfahrung mitbringen und wenn ihr das noch nicht habt dann würde ich auch noch nicht empfehlen das zu machen wie gesagt ich bastle ja gerne und ich stricke auch nicht so gerne weil es bei mir auch wahrscheinlich deswegen noch nie so hingehauen hat ich stricke einfach nur weil ich Lust darauf habe und nicht weil ich Profistricker bin und ja auf jeden Fall versuche ich dann immer mit diesen kostenlosen Anleitungen wenn ich ein Garn habe so wie das hier mir da was zurecht zu suchen und bei Drops kann man eben die Nadelstärke angeben da gibst du den an ich will mit 6 Millimeter häkeln und dann kommen da ganz viele Anleitungen blub blub davon nimmst du den raus und da guckst du was da die Angabe ist an die Anschlagekette und damit kannst du dann arbeiten also das wäre jetzt mein Tipp damit arbeite ich immer und so vergleiche ich auch immer ein bisschen die anderen Anleitungen wenn ich jetzt weil ich bin ja extrem faul ja ich mache ich habe noch nie eine Maschenprobe gemacht habe ich noch nie gemacht doch einmal mit Iwellchen zusammen aber ansonsten habe ich noch nie eine Maschenprobe gemacht um Gottes Willen ich komme nicht auf die Idee dass das verschwendete Lebenszeit in meinen Augen hat alles Sinn und Zweck ich verstehe das ich verstehe das ich habe deswegen auch schon ganz viele Sachen gestrickt die ich hinterher nicht tragen konnte das würde man aus dem Weg geben wenn man eine Maschenprobe macht ich verstehe das alles aber ich möchte kein Profistricker werden ich möchte das aus Lust und Laune aus Hobby und Freude machen und deswegen mache ich keine Maschenprobe das ist für mich nö und außerdem hast du dann auch Garn verbraucht und was machst du mit den Lappen als Lappen benutzen toll das schöne Garn falls man das überhaupt als Lappen benutzt ich weiß nicht was machen andere mit ihrer Maschenprobe macht ihr das wieder auf oder keine Ahnung was macht ihr damit benutzt ihr das als Lappen das schöne Garn ja also keine Ahnung naja gut auf jeden Fall das wäre jetzt so mein Tipp was man machen kann und bei anderen Kaufanleitungen kontrolliere ich so das auch nochmal weil man ja nicht immer dasselbe Garn hat man kauft ja nicht das passende Garn und deswegen gucke ich immer wie das da ist und gibt die Nadelstärke mit meinem Garn da an oder beziehungsweise ich stricke ja ich häkle ja immer mit einer 3mm Nadel und beim Stricken ist es tatsächlich unterschiedlich da achte ich tatsächlich ein bisschen drauf was die Banderole sagt wenn ich schon auf nichts anderes achte dann singst du auf die Banderole und wenn die mir sagt hier du musst mit dem und dem stricken dann probiere ich das auch aus also hier steht auf Drops gucken Leute ich habe hier das Garn mit der und der Nadelstärke wie sieht es aus wie sieht die Anzahl der Maschen da aus und vergleich das so ein bisschen genau vielleicht ist das ein Tipp für den einen oder anderen oder vielleicht ist wirklich der Tipp macht eine Maschenprobe ja wahrscheinlich ist das eher der Tipp so aus was stricke ich von der lieben Steffi im Tauschpaket hatte davon hatte ich vier knäule und ich habe ihr gesagt ich fange die luna an und sie hat gesagt ich habe davon noch garne liegen die schicke ich dir also haben wir gut sieht so aus die banale hin mit meinen fingern ich weiß nicht woher mit meinen fingern einmal und das zweite mal und dann haben wir hier nochmal die ganzen Farben das lesen wir auch einmal vor wir haben die pub nummer 3 3 4 5 apple grumble und wir haben eine partie mit 6 3 7 7 5 7 king call gibt glaube ich eine webseite da kann man die bestellen oder auf lovecraft da kann man auch anleitungen kaufen früher hieß es glaube ich anders aber jetzt heißt es lovecraft da muss man aufpassen da gibt es auch ein autor der heißt so und am besten ihr gibt dann einen lovecraft ist halt englisch und stricken oder so oder wolle ja und dann kommt die webseite davon und da kann man zum beispiel kink 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 kaufen ja so viel dazu das einmal beiseite oh mein gott das arme knäuel ich muss dringend das knäuel aufbauen das wäre vielleicht heute mal wirklich das was man heute mal machen sollte dringend das knäuel aufbauen so dann gucken wir was in meinem rucksack wohnt in dem süßen rucksack von tady ich wollte mir jetzt noch mal einen holen und dann haben die umgebaut auf jeden fall habe ich die taschenabteilung gefunden aber die haben die rucksäcke nicht mehr und ich muss noch mal gucken es können ja nicht die rucksäcke weg sein weil es gab keine kinder rucksäcke mehr ich gucke na gut ist ja auch eigentlich nicht so dramatisch so hieran habe ich auch ein bisschen dran gehäkelt also wieder auch bloß so ein projekt was ich so mal alibi halber so in der hand hatte und gedacht habe jawohl da strickst jetzt da häkelst du jetzt einmal dran das sieht so aus wir sind ja jetzt das soll mal ein schal werden falls sich jemand wundert gehäkelt natürlich mit vorderen und hinteren relief stäbchen dazwischen kommt aber noch was also das besteht aus zwei reihen die sich wiederholen und das wird einfach in die länge gehäkelt und ich bin mal gespannt wie lang ich mit 1000 meter wie lang dieser schal wird mit diesen relief stäbchen oder ob ich noch mit einem anderen knolle anbaue wir gucken mal ich bin ja noch am anfang ich bin gerade mal bei der zweiten farbe und dieses knolle besteht aus ein paar mehr farben das ist nämlich mein sahne mit sträußeln und das hier ist ein misslungenes knäuelchen und das benutze ich zum selber verarbeiten und zum videos drehen verkaufen kann man das nicht könnte man schon weil es ist ja nichts dran aber man sieht ja die ganzen farben nicht guck mal wenn man hier reinguckt da kommt noch alles zum vorschein ja und ja ich mache mir da keine platte meine garne sehen eh über schlimm aus ich seht das ja und deswegen ich mache mir da keine platte das garn kommt trotzdem und wenn ich mal wollkotze habe dann fummle ich da eben solange bis die wollkotze weg ist oder ich mache einen knoten schneide ab und häkle weiter ja habe ich auch schon alles gemacht darum ich mache mir da keine platte das ist halt ein projekt was auch immer mit in Bewegung ist ich nehme das ständig überall mit hin und häkle daran ob ich bei meinen eltern frühstücke oder irgendwo unterwegs bin straßenbahn wie auch immer da häkle ich mit und meine nase macht mich schon wieder heute wahnsinnig irgendwas ist hier also noch mal zum thema mit meinen garen auf etsy diese garne sind halt nur verfügbar solange ich die farben habe ich habe auch schon ein bisschen angst davor wenn mir die ersten farben ausgehen weil dann muss ich ganz viel schlafen schicken auf etsy und so wie sich das anfühlt ist weiß weiß werde ich aber definitiv nach bestellen aber vanille ist so die erste farbe wo ich sage ich muss jetzt mal alle meine knäule mit vanille aussortiert was ja nicht so schlimm ist ich führe ja buch ich weiß welche knäule vanille führen und dann kann man das machen also ich habe schon ein bisschen sorge vor dem ersten mal man kam den tag raus so weil er verwaltet ja die knäule für mich und ich sage was ich haben möchte und er bringt es mir dann und dann kommt den tag wieder so vanille haben wir bloß noch zweimal kann ja wohl nicht sein naja ich gehe noch mal gucken und kommt er wieder ja vanille ist noch viermal da ist oh mach mir doch keine angst no ja also ich habe ein ganz kleines lager wo nur zehn kartons mit farben hin passen deswegen habe ich auch nur zehn verschiedene farben die könnt ihr auch immer gucken die gibt es in unifarben in meinem shop da kann man sich auch die gar unifarben bestellen und da habt ihr auch noch mal so einen kleinen überblick was ich gerade so an farben da habe ja also gar nicht so eine ne ende ich bin auch immer überrascht dass man tatsächlich auch immer noch auf neue ideen kommt ja das hatte ich noch nicht ja das probieren wir mal ja ja und wie das so ist man hat immer farben die gehen total weg von diesen ganzen mädchen farben hier sprich fuchsia bis rosa bis vanille weiß da habe ich einen riesen verbrauch die farben liebt ihr auch aber braun von Tane wollen wir ja gar nicht reden also dieses richtig dunkle grün aber auch dieses richtig helle grün kiwi da werde ich noch länger was von haben zum wickeln aber ist ja okay ja und deswegen falls sich da jemand wundert dass die immer beschränkt sind die bobbeln also ich erstelle immer erst mal drei online lasse die bestellt und wenn die dann erst mal weg sind dann wickle ich die erst mal und wenn ich die gewickelt habe und ich merke aha das funktioniert noch dann stelle ich die meistens wieder online oder man kann das ja so ein bisschen einschätzen und dann stelle ich meistens auch gleich wieder online aber ich gehe erst mal auf Nummer sicher und habe erst mal jedes knäuel nur begrenzt online damit ich weiß dass ich das auch bearbeiten kann genau weil ich wäre auch nicht zum großhändler oder sowas werden ich würde das einfach plus hobby mäßig so ein bisschen gerne anbieten beziehungsweise das auch passend zu meinen Anleitungen haben das ist so mein Ziel dieses jahr dass ich meine Anleitung mit meinen Bobbeln mache und wenn ich Anleitungen mit anderen Bobbeln mache dann ist das auf Kooperationen ausgelegt so möchte ich das gerne machen weiterhin ich habe jetzt drei jahre immer so Werbung für andere Designer nicht Designer Bobbel Designer und Handfärber oder andere Garne was ich eben so benutzt habe für meine Tutorials oder Häkelanleitungen möchte ich dieses Jahr ein bisschen begrenzen ich möchte es dieses Jahr ein bisschen so machen dass ich das meinen Kooperationspartnern anbieten kann weil wenn ich hier generell kostenlos Werbung für Bobbelwickler mache dann sehen ja viele gar nicht den Wert darin mit mir eine Kooperation einzugehen und wenn ich das ich rede jetzt nicht von den Unboxings ich rede von den Tutorials und wenn ich das aber so ein bisschen regle dass ich die Tutorials mit meinen Garnen mache und aber anbieten kann dass die Kooperationspartner mir Wolle für das Video zur Verfügung stellen was ich ja mit Vulpedia zum Beispiel habe oder mit Fadenspiel Design da gibt es zwei Tutorials wo für mir das Garnen zur Verfügung gestellt wurde dann finde ich das ein bisschen cooler als wenn ich das generell als kostenlose Werbung mache ich mache natürlich trotzdem noch mit den Unboxings ganz viel kostenlose Werbung das macht man ja hier auf so einen Strick und Hand Arbeits Kanal eigentlich generell aber ich möchte deswegen für die Hekel Anleitung ein bisschen begrenzen und das ein bisschen jetzt fehlt mir das Wort nicht also ich möchte es begrenzen ich möchte es etwas besonderes haben für meine Kooperationspartner so daraus wird jetzt ein Ding so ja dass ich was anbieten kann dass ich nicht nur die Chance bei mir ein Unboxing zu kriegen dass ich für euch die Garne hier vorstelle eure und euren Shop und keine Ahnung sondern dass ich mit euren Garnen auch arbeite und hier Anleitungen veröffentliche ja ich glaube ihr versteht was ich meine oder ihr versteht mich falls ihr überhaupt noch da seid seid ihr noch da oder habt doch schon abgeschaltet heute ist echt ein lauer Video Ich habe noch was Neues angefangen und zwar gibt es bei Instagram Facebook und keine Ahnung wie die ganzen Dinger heißen hier auf YouTube TikTok zurzeit so Trend und zwar machen die ganzen ähm englischen YouTuber Häkel YouTuber zurzeit alle diese ja Bolero Pullover also wirklich Bolero also und das heißt hier bloß hier oben abgedeckt und lange Arme also wirklich dass du bloß hier so ein Pullover langlaufen hast ein Bolero eben also nicht Bolero Jäckchen gibt es ja auch noch aber eben als Pullover Form ja und ich möchte das gerne auch machen also habe ich angefangen jetzt habe ich aber das Garn was ich dafür gewickelt habe auch nicht mit gebracht ist ja nicht MMM MMM so sieht das Ganze jetzt aus ja also ich würde es mir jetzt wegen der Mikrofon nicht immer so davor halten also du hast wirklich nur den Racklan der sieht so aus von beiden Seiten und jetzt kommen noch die Arme dran genau ich habe mir jetzt ein paar Garne raus gesucht die ich von meinem Stash so habe von meinen Tauschpaketen ich glaube das hier war von der lieben Eve von Yves Häkelstube ein Garn was ich in ihren Tauschpaket hatte ich glaube das war eine Mütze ich weiß dass ich die Bommel habe ich nämlich Bommel gegeben der hat sich nämlich drüber gefreut und ihr seht das hat sich halt komplett dafür für das Oberteil wie gesagt Größe 36 wieder komplett ausgetragen und jetzt mache ich hier mit so ein Garn ich weiß nicht in welchem Tauschpaket ich das hatte oder von wem das ist habe ich erstmal hier oben nochmal einen Rand gezogen und da unten auch nochmal einen Rand und jetzt häkle ich in diesem Garn nur noch Arme dran so lang wie ich so brauche ohne Bündchen ohne gar nichts das soll einfach nur so lang werden wie mein Arm das braucht und dann bleibt das so offen und das lustige ist ja man kann das dann noch als Schal verwenden kannst du das wenn beide Arme sind fertig sind kannst du das auch als Schal verwenden weil es ist ja ungefähr eine Linie also Schal oder eben Bolero die sind gerade total angesagt auf insta und ich wollte die unbedingt mal machen und ich mache eins jetzt so probeweise eigentlich für meinen Etsy Shop dass ich mal wieder ein paar Festival Klamotten darin kriege aber ich glaube ich bin zu langsam jedenfalls war ich diese Woche zu langsam ich weiß es nicht kann auch nur an dieser Woche gelingen haben weil eigentlich ist nichts dabei du brauchst ja bloß jetzt werden wieder einige schreien äh was ist denn das das ist aber nichts für uns da täglich nicht ja okay ist es denn was für junge leute wahrscheinlich wirklich was für junge leute aber man kann den ja auch verlängern und hat einen Pullover ihr müsst den ja nicht so kurz machen wie ich aber ich möchte es halt gerne machen ich habe da gerade Spaß und ich habe mir dazu extra noch mal eine bobble gewickelt wie gesagt die habe ich jetzt vergessen und ja die zeige ich euch dann das nächste mal vielleicht bin ich dann auch schon dabei da die videoanleitung zu fertig zu machen aber ich wollte jetzt erst mal den hier fertig machen und dann die videoanleitung starten dazu und das wird auch noch ein bisschen dauern oder weil das ein schnelles video ist schiebe ich auch mal dazwischen ich weiß es noch nicht weil das ja zum festival sommer eigentlich passen würde wenn ich es vor dem sommer noch rausschmeiße auf jeden fall für etsy weiß ich nicht ob ich so oberteile hinkriege ich wollte auch noch ein paar crop oberteile machen also diese na ihr kennt die ganzen bikini oberteile und die schönen sachen die man zu festivals trägt und früher hatte ich sowas auch immer in meinem shop und ich hatte das jetzt schon ganz lange nicht mehr weil ich schon wieder ganz lange keine oberteile gehäkelt habe und ich hätte aber mal wieder so richtig lust diese oberteile mit dem muster hier und dann sitzen die so eng wie im bikini und da hätte ich jo also das ist das neue projekt für diese woche das musste ich unbedingt anfangen weil ich hatte ultra lust drauf weil überall diese bilder von diesen kleinen pullover sind von diesen mini pullover mehr ist das ja nicht du trägst ein ein farbiges top darunter und hast den dann darüber sieht super cool aus finde ich erschließt sich bestimmt nicht hin wie gesagt es ist ja bloß ein bolero ja oder so ein leaf sweater mit langen arm oder wie man das alles nennt und wie gesagt zu not könnt ihr auch das ganze euch verlängern ich wollte halt nur weil ich das so cool finde das auch unbedingt machen und unbedingt als Video weil das auch eigentlich theoretisch was schnelles ist und ich zur Zeit nur Großprojekte geführt habe als Video vielleicht muss ich auch mal wieder ein paar Sommertups machen ich habe da auch was im Auge also nicht jetzt sondern ich habe so ein süßes Stricktop gesehen das fand ich auch ultra süß mit einer riesen Nadel gestrickt mit auch so einem Fluffgarn würde ich jetzt tatsächlich auch mit einer Dreierbobbel ausprobieren mal gucken ihr merkt schon ich habe heute Zeit mein Mann das nicht einkaufen der ist im Garten irgendwie denke ich habe Zeit auf jeden Fall dieses Top würde ich auch gerne ausprobieren das ist wirklich so ein bisschen weiter gemacht und nur gerade hoch gestrickt und dann wie hier einfach die Träger dran und fertig auf den Schultern gebunden und eigentlich voll das Sommertop also Bikini Oberteil drunter und das drüber und sieht super cool aus ihr wisst wie wir jungen Mädels sind ich zähle mich jetzt mal noch mit als junges Mädel auch wenn mein Kind was anderes sagen würde der wird im Sommer 15 Ja gut achso ich wollte euch das knäuel noch zeigen also das andere knäuel ich kann euch tatsächlich gar keine banderole zeigen ich bin super vorbereitet bei diesem top gewesen ich weiß auch gar nicht von diesem verlauf garen wo die bobble hin ist die banderole nicht die bobble die bobble ist ja alle die habe ich dafür komplett gebraucht aber was die jetzt für eine lauflänge hatte banderole verbuzzelt hatte ja ich versuche daran zu denken dass wenn ich morgen die nächste aufnahme starte also wenn ihr das hier gerade seht dann drehe ich gerade für nächsten sonntag vor weil ich nächsten sonntag keine zeit habe die leute auf instagram die wissen schon bescheid und ich versuche daran zu denken die banderole vorzusuchen auch von diesem knäuel weil ich kann euch absolut nichts sagen kein gar nichts wo das her ist die mützenbobbel ist von eves hegel stube und da habe ich ein unboxing hier auf meinem kanal also ein tausch video vielleicht guckt ihr da rein oder ihr wartet bis nächsten woche sonntag und auf jeden fall sieht das knäuel sieht so aus kann ich noch mal gucken ja und damit häkle ich das jetzt aus der Mitte heraus ganz einfach geht gut geht wirklich gut mit einer 3 millimeter nadel beide garne obwohl das eine ein bisschen dicker als das andere ist aber das interessiert mich ja immer nicht ihr wisst ich mixe da immer und behalte aber meistens die nadelstärke bei und gut ist das habe ich irgendwie so von den englischen youtuber und so gelernt die machen das auch so die machen glaube ich diese dinge auch mit diesem ganz feinen mohair damit komme ich ja gar nicht zurecht wobei ich glaube dass hier auch ein teil mohair drin ist das war auch so ein tausch paket gahn und da wird bestimmt auch ein teil mohair drin sein ja ja wir sehen auch nicht war ein laberababer video oder also ich hoffe dass ich das morgen auch so hinkriege aber das werdet ihr ja nächsten sonntag dann sehen also ich habe ein bisschen was zum auspacken ich habe eine kleine tausch kooperation bin ich eingegangen und da gibt es zwei Videos dann einmal von mir bei mir wird es nächsten sonntag mit drin sein und bei meiner tausch partnerin weiß ich nicht wie sie das macht aber sie macht auch ein youtube video dazu aber mehr werde ich dazu jetzt noch nicht verraten weil sonst wisst ihr ja schon was geht und das möchte ich nicht das werdet ihr sehen dann habe ich noch ein bisschen was anderes auszupacken und ich erzählvideo also ich habe auch auf insta gesagt ihr könnt mir fragen stellen da waren jetzt auch schon ein paar fragen dabei die habe ich mir abkopiert die werde ich morgen alle beantworten genau ja ich weiß nicht wenn ihr das video seht dann könnt ihr keine fragen mehr stellen aber ich versuche irgendwann im laufe der zeit wenn ich denn mal so ein bisschen zur ruhe gekommen bin weil diese woche war echt stressig mal live zu machen aber ich weiß noch nicht ich habe so lust drauf aber ich weiß nicht wann ich es schaffe und wenn ich das jetzt hier mit euch plane weiß ich genau dann haut irgendwas nicht hin ich muss das spontan machen genau ich versuche es aber mal diesmal wenn ich es spontan mache nicht unbedingt zu einer uhrzeit zu machen wo keiner Zeit hat fragen wie es so aussieht ob jemand hier in umgebung magdeburg oder magdeburg selber wohnt ob wir lust hätten mal auf ein häkeltreffen bei uns hier im ikea oder so oder eventuell wenn im sommer ein bisschen schönes wetter dann endlich mal einzieht ob wir uns im park mal zum häkeltreffen häkel picknick das können wir auch machen da hätte ich auch voll lust drauf und da wollte ich euch fragen ob da jemand interesse hat ihr könnt mir dann gerne mal schreiben was ihr dazu sagt ja obwohl uns hier mal treffen wollen bei mir geht es ja in der regel samstags drehe ich natürlich mein video da habe ich eigentlich keine zeit und muss auch meinen haushalten nachholen was ich die woche überall über liegen gelassen habe beziehungsweise wasche ich ja fürs kosmetik studio hier das wenn denn wäre ganz cool wenn wir freitags das machen weil freitags ist mein bürotag da bin ich eigentlich dabei eure bestellungen zu machen und so aber da könnte man ja nachmittags sich trotzdem irgendwo mal treffen oder so muss ja nicht und schon gar nicht jeden freitag definitiv nicht aber vielleicht einmal im monat oder so weiß ich nicht könnt ihr mal in die kommentare schreiben was ihr habt wir setzen uns an der elbe keine ahnung die übrigens jetzt schon wieder hoch wasser mein mann gestern gesagt hat jetzt hoch wasser also noch nicht ganz aber sieht so aus irgendwie und er in zwei wochen marathon läuft und kriegen sie jetzt langsam alle wieder naja ich habe gesagt jetzt wartet mal ab bleibt mal ganz ruhig ja gut ihr lieben ich würde dann jetzt einmal das video ganz gerne beenden ich denke mal ich habe euch genug zugelabert ich muss unbedingt dran denken dass ich zweimal mit der Nase geschnaubt habe dass mein Mann das rausschneidet also wenn es aussehen drinnen geblieben ist dann tut es mir echt leid das war nicht mit Absicht dann haben wir es vergessen dass da noch was war aber ich habe mir jetzt notiert zweimal gut dann vielen lieben dank wenn ihr mir ein abo dagelassen habt und ein neuer zuschauer seid schön dass ihr dabei seid schaut euch ruhig mal auf meinem kanal um es gibt ganz 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 viele videos ich bringe in der woche so ca. drei videos maximal immer raus manchmal auch mehr manchmal auch weniger je nachdem was gerade los ist aber meistens sind so drei videos die Woche genau dann vielen lieben dank für meine ganzen mitgliedschaften ich freue mich wie gesagt ich habe es euch ja nochmal alles erklärt und wer mitglied werden möchte kann gerne mal unten gucken ist ja unten alles verlinkt beziehungsweise da steht ja mitglied werden und dann kann man da alles durchlesen was das beinhaltet genau ja dann grüße ich natürlich meine Häkelprinzessin und das ist das was ich vorhin meinte man wird hier benannt natürlich nur in dem podcast aber das steht ja unten alles nochmal beschrieben also meine Häkelprinzessinnen Lissi Pastelli meine liebe Rosi dann Kathis Wollhäschen das ist auch ein sehr sehr schöner Kanal da müsst ihr mal vorbei gucken Account auf Facebook Häkelt richtig süße Tiere schaut da mal unbedingt mal vorbei genau wenn ihr auf Facebook seid oder auf Instagram Kathis Wollhäschen und die Jenny Lux Dankeschön für euer für eure Unterstützung jetzt habe ich Wort wieder gesucht für eure Unterstützung ich freue mich riesig und das ist nicht selbstverständlich danke 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 dafür ich freue mich so riesig über meine superliebe Community es gibt ja wirklich ganz selten mal ein paar Ausreißer ein paar Ausnahmen aber ansonsten sind alle wie ich schon sagte in der Facebook Gruppe alle sind lieb und nett und man kann sich super austauschen auch ihr könnt euch in der Facebook Gruppe übrigens auch über andere Sachen austauschen ihr müsst da nicht über mich quatschen oder über meine Anleitung das steht ja in der Gruppenregel ihr könnt da auch über andere Sachen reden ich rede ja hier auch über andere Sachen einfach schreiben das und das von dem und dem das häkle ich gerade ja wie findet ihr das dann kriege ich auch mal was mit weil ihr schreibt mir auch immer ganz viele Sachen was ihr gerade so hand arbeitet unten in die Kommentare und ich kenne immer ganz viele Sachen nicht postet mal Bilder in die Gruppe dann sehe ich das auch mal genau so die Kamera sagt mach mal jetzt hin bevor ich gleich ausgehe ihr lieben Dankeschön fürs Zuschauen wenn euch das Video wieder gefallen hat würde ich mich freuen wenn ihr mir ein Däumchen ein Kommentar und ein Abo Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall zum nächsten Sonntag wieder wie gesagt mit ein bisschen anderes Video ich werde ein bisschen zeigen was ich heute gehäkelt habe aber es wird nicht sehr viel sein wir machen ein Frage Antwort Video und packen ganz viele schicke Sachen aus also ihr Lieben bis nächste Woche Sonntag macht's gut seid schön kreativ und bleibt gesund tschau tschau Kopf Hör Hör Tchau 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 ist